Dein Geld, Deine Verantwortung mit Sven Hallo und herzlich willkommen bei Dein Geld, Deine Verantwortung. Mein Name ist Sven und wir schauen uns heute gemeinschaftlich meine Aktienkäufe aus dem Monat August an. Und da habe ich euch wie immer auch meine Übersicht mitgebracht. Ihr wisst, es hat sich jetzt doch in den letzten Wochen einiges, ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber so ein, zwei Dinge verändert. Und die sieht man auch schon direkt jetzt hier auf der ersten Seite. Wir gehen einmal durch der MSCI World weiterhin mit 200 Euro im Monat, wird er bespart. Der S&P 500 ETF mit 175 und dann jetzt schon neu mit dabei hier der Dow Jones Swiss Titans 30 ETF mit 150 Euro im Monat. Der ist jetzt ab sofort ein, ja, fester und fixer Bestandteil hier. Nike 80 Euro, Disney 60, Microsoft 50, Johnson & Johnson 50, der China Large Cap ETF 50, zu Ethis 50, Church & Dwight ebenfalls mit 50 Euro. Darüber hinaus haben wir noch Costco und Apple, die auch mit jeweils 50 Euro im Monat bespart werden. Wir haben Unilever, WP Carry und Visa mit 40 Euro, die Allianz mit 35. Man sieht hier auch, TAC Immobilien, wie angekündigt, nicht mehr Bestandteil der Sparpläne. Ich werde die Position erstmal weiterhin behalten, aber nicht weiter ausbauen. Fresenius, SAP, Activision Blizzard und Merck mit jeweils 30 Euro. Dann haben wir noch eine Waste Management, eine 3M, eine British American Tobacco, Shell, Omega Healthcare, Union Pacific, Ecolab, Tencent und EA auch mit 25 Euro. Diesen Monat gab es keine weiteren Sparpläne. Ich hatte ja in den letzten Monaten zweimal Nike als ja einmalige Erhöhung bei den Sparplänen mit drinne und zweimal Jungheinrich, wo ich ja auch keine Sparpläne mehr ausführe. Aber für mich so die Zeit war, wo ich dachte, ich möchte jetzt die Chance nutzen und da die Position weiter aufstocken. Eben über das, ja ich nenne es mal Sparplan-Tool. Summa summarum, was bedeutet das im Dividendendepot im Monat August? Ich habe insgesamt investiert 1515 Euro. Aber auch im Venture-Depot ist wieder was passiert. Da wurden auch die Sparpläne ausgeführt, ganz konkret bei Alibaba, ASML, Nvidia, Amazon, HelloFresh, der Shop-Apotheker, dem Fan-Ecke Gaming ETF, Shopify und MercadoLibre. Dort waren es dann insgesamt 230 Euro. Das heißt, wenn wir das zusammenrechnen, Dividendendepot 1550, Venture-Depot 230, kommen wir insgesamt auf eine Summe diesen Monat von 1745 Euro, was immer noch eine unfassbare Menge ist. Rollierende Dividende habe ich euch auch mitgebracht. Oben rechts sieht man es jetzt mal. Ich habe es ein bisschen größer gemacht, weil die Zahlen werden langsam. Ich tracke das Ganze ja jetzt schon, wo Männchen angefangen, damals im Januar 2020. Und es wird immer schwerer lesbar. Ich muss mir dafür die Zukunft dann irgendwann was überlegen. Aber auch hier sieht man, im August haben sich meine rollierenden Bruttodividenden für die nächsten zwölf Monate eben positiv entwickelt. Konkret von 1748 Euro im Juli auf 1786 Euro im August. Das bedeutet, wenn alle Dividenden, wie sie zuletzt gezahlt worden sind, so wiederholt werden würden. Das heißt, wenn das Unternehmen genau das gleiche zahlt oder der ETF genau das gleiche ausschüttet, dann kennen wir auch diese Summe. Einzige Anpassung, die ich vorgenommen habe, ist bei TAK Immobilien. Da habe ich einen persönlichen Abschlag vorgenommen, weil ich eben nicht davon ausgehe, dass da die Dividende pro Aktie gleich bleiben wird. Und wenn ich immer das Gefühl habe oder immer dann, wenn ich das Gefühl habe, okay, es ist nicht realistisch, dass das Unternehmen eine gleiche Dividende zahlt, wie die letzte Dividende, die gezahlt worden ist, dann nehme ich da eine manuelle Korrektur vor. Aber in der Regel lasse ich das so laufen. Und die meisten Unternehmen, die ich bei mir im Portfolio habe, sind tendenziell auch Unternehmen, die die Dividende ja regelmäßig und langfristig steigern. Das heißt, das sollte im Idealfall dann auch immer noch ein bisschen mehr werden. Top 10 Dividendenzahler, rollierend. Unilever 157,30 Euro. British American Tobacco mit 132,49 Euro. Wir haben eine Shell mit dabei mit 124,92 Euro. Johnson & Johnson jetzt dann auch über der 120-Euro-Marke. Ganz konkret 120,75 Euro. Die Allianz auch fast, ja, mit 119,73 Euro. Iron Mountain mit 84,86 Euro. Der MSCI World mit 85,57 Euro. Seht ihr, das ist mir gerade aufgefallen. Die habe ich noch nicht. Die Position hat sich verändert. Der MSCI World ist eins nach oben gerückt, aber das ist dann das nächste Mal angepasst. WP Carry mit 79,40 Euro. Wir haben 3M mit dabei mit 76,29 Euro und Fresenius mit 74,20 Euro. Wir gucken jetzt dann gleich nochmal rüber in Portfolio Performance. Das heißt, so sieht das Portfolio aktuell aus. Wir haben Apple hier nach wie vor die größte Position auch dieses Jahr jetzt, nachdem sich alles so ein Stück weit wiederholt hat, wieder erholt hat. Ich weiß nicht, ich traue dem Ganzen ja immer noch nicht so ganz. Jetzt mit 9,38 Prozent, also deutlich aktuell abgesetzt irgendwie von Microsoft mit 8,5 Prozent. Die haben sich eigentlich ja in den vergangenen Monaten und fast schon jetzt dann Jahren immer so ein bisschen die Klinke in die Hand gegeben. Die Position war eigentlich immer sehr, sehr nah beieinander. Mal war Microsoft vorne, mal war Apple vorne. Und jetzt dann doch Apple, ja, mit knapp 0,85 vorne irgendwie, was der Depotgewichtung betrifft, also doch einiges. Die nächste Position ist der MSCI World ETF mit 6,75 Prozent. Da hatte ich ja auch schon ein Video gemacht, den werde ich zukünftig nicht mehr besparen. Ich werde die Position aber beibehalten. Und diesen Monat, also die Sparpläne werden ja bei mir hauptsächlich am 1. ausgeführt, war es auch nochmal der Moment, wo der MSCI World tatsächlich ausgeführt worden ist, diese 200 Euro. Ab nächstem Monat ist es dann, wie gesagt, oder ist es dann, wie gesagt, der FTSE oder FUZI, ja, um bestimmte Menschen glücklich zu machen, so. Also, egal, FTSE World, der dann zukünftig mit 200 Euro bespart wird. Der MSCI World bleibt aber dann hier weiterhin eben Bestandteil. Nur die andere Position soll wachsen und dann irgendwann, ja, wahrscheinlich mal eine größte Position langfristig irgendwann mal im Portfolio werden. Johnson & Johnson mit 5 Prozent knapp, Unilever auch, Shell mit 4, Nike mit 3,8, Disney mit 3,5, Visa mit 3,2, Church & White mit 3. Dann haben wir den Dow Jones ETF, Merck, Activision Blizzard, Pernori Carp, British American Tobacco, Fresenius, Iron Mountain, Allianz 3M, Costco, Jungheinrich, Zuethis, der China Large Cap ETF, Nestle, WP Carry, der S&P 500 ETF, der ja auch so seinen Weg jetzt, ne, mit den 175 Euro im Monat, so ein bisschen, ja, weiter, weiter rüber macht. Wie viel sind es jetzt aktuell? Ich habe da 37,58 Anteile. Depotanteil knapp 1,8 Prozent, was 1.564 Euro entspricht. SAP, LVMH, Waste Management, Union Pacific, Omega Healthcare, die TAC Immobilien, Roche, EA, Ecolab, Tencent und eben, ja, relativ frische hier dann noch drinne, der Dow Jones Swiss Titans ETF, die erste Sparplanrate, die da ausgeführt worden ist, jetzt eben 0,17 Prozent vom Depot. Auch der wird natürlich, wenn man sich die Sparpläne angeguckt hat, mit der Zeit immer eine größere Gewichtung in meinem Portfolio finden. Da freue ich mich schon drauf und, ja, ist wieder so eine kleine Reise auch in meinem Portfolio. Mein Portfolio verändert sich wieder ein Stück weit. Ich gehe, wie man ja so an den Sparplänen erkennt und so an den Gedanken, wieder ein Stück weit, na, nicht weg von Einzelaktien, das natürlich nicht, sondern die bleiben so, wie sie jetzt sind. Und da verändert sich dann jetzt erstmal auch nichts an den einzelnen Sparraten. Aber natürlich möchte ich irgendwie eine größere Gewichtung wieder haben bei dem Thema ETFs und dementsprechend gehe ich das ganze Thema jetzt an. Das wird dauern. Ich habe nicht vor, deswegen irgendwelche Dinge zu verkaufen oder Sonstiges, sondern das dann eben auch, ich nenne es mal eine, in Anführungszeichen, natürliche Weise so ein Stück weit dann, ja, weiter umzubauen und nochmal eine größere, noch größere Diversifikation reinzubringen. Mit dem Schweizer Franken dann auch nochmal, ja, eine andere Währung als den Dollar und den Euro irgendwie im Portfolio ein bisschen größer zu haben. Ist auch was, was mir persönlich ganz gut gefällt. Und ja, dann schauen wir mal, wo mich das Ganze dann am Ende so ein Stück weit hinführt. Was mich wie immer interessiert, schreibt es mir super gerne in die Kommentare. In welche Titel habt ihr diesen Monat investiert? Habt ihr eure Sparpläne ausführen lassen? Habt ihr einen Einmalkauf getätigt? Schreibt es mir einfach super, super gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert haben solltet, freue ich mich selbstverständlich auch über ein Abo. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin, bleibt gesund, euer Sven.